Willkommen zurück und... Alter und dieser Icon Woldy, sorry dass ich dich vorher falsch ausgesprochen habe, möchte ich nochmal klarstellen. Geht's immer noch? Was? Ja, jetzt hast du schon wieder fertig ausgesprochen. Ja gut, dann sagst du es eben, Alter. Ich bin nicht so der, die heilste Wörner im Universum. Ach, die Scheiße. Sogen und zerstören. Ah, die sind hier, die sind schön. Guck mal, was ich dabei habe. Bleib mal schön stehen, weil ich, was ich dabei habe. Oh je, komm, 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 komm. So. Bist klar Murat? Oh Murat. Beide hinten rum. Ja, immer cool bleiben Grünette, immer cool bleiben hier. Äh, irgendwie kann ich allen zuschauen. Deswegen würde ich sagen, man schaut nur seinem eigenen Team zu und verrät nichts, okay? Okay. Ach, der Hände. Scheiße. Fick deinen Muskeln benutzen. Ja, ATR. Ey, ich bin auch so, kein Problem. Du benutzerstöre. Ja, ey, besser als deine scheiß G-18. Was denn? Hast du das gegen die G-18? Ja. Aha. Ja. Ja, ist klar. Nur noch einer übrig, bring es zu Ende. Junge. Haha. Ist das nicht schön? Ich schon. Glaube ich dir. Haha. Nein! Wir sind wo? Wir sind wo? Wir sind wo? Wir sind wo? Ja. Am Arsch. Am Arsch. Der geschmackst du auch in den Blocke. Das ist wie ein Flitzer, der ist am Arsch. Nein! Ey, das ist wie ein Bruderbaum! Was ist der zerstörer? Yep, der stört noch mehr. Ach, der hat noch mehr Aim! Das sind die Flinkehäme. Die Störer als ich. Wir haben die Blocke. Wir sind hier so. Da lang. Ich sehe das. Er, 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 sie wird da lang. Er, er, vorne rum, vorne rum. Er, er wird immer gut sein. Er ist hier gegen ihn. Er, 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 er geht um mich. Er lässt dich um, er, er ist klein. nicht am Arsch Füßklob Lauf, Lauf, Jumpe, Lauf Lauf, Jumpe, Lauf Nein! Verdammte Scheiße Das ist ja nach hinten Ah, du, hier, hier, hier Schön gemacht ...bereit machen für die nächste Runde Naja, nicht schlimm Wir müssen uns an und ein bisschen kompetentisch Beste Waffe im Spiel Ja, was meinst, warum ich noch die ACR nehme? Ach, Oberpowered ist rechts scheiße Ja, aber die AK, oder was? Die ist die Oberpowered Ich will aber mit Schalldämpfer Ey, alle Waffen sind hier in die Oberpowered Und da kann man allerdings sagen Beide vorne hin Beide vorne hin Scheiße Eine noch im Auto Gibt er gar nicht Nein, stopp, komm Komm da zurück, Alter, komm zurück Mich gibt das gar nicht Dann tifft er dich Auf jeden Fall geht er weg Campen und so, ne? Thomas Ja, ja Ruhig Blut Oh, fuck Ja, 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 ja Du bist Behnerd, Alter, du bist Behnerd Du bist Behnerd Du bist Behnerd Ist klar Komm her, mein Freund Warte weg Murat Ja, ja, ist schon weg Alter 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 Alter, Leute Ich wollte mich verarschen Siehst du das was? Ui Oh, mein Quatsch, Mann Ja, ich hab' nicht gesehen, weiß ich Nein Alter, ey Ich laufe genau die entgegengesetzte Richtung von euch beiden Die ganze Zeit schon Nein Warte wurde platziert Jawohl, der eine läuft links, der andere nach hinten, ne? Ich hab' mal Rollen tauschen gemacht, ey, wie geil Der eine geht runter, der andere kommt hoch Krass Verdammt Ja, machst du nichts Ja, machst du nichts Das Ziel verteidigt Ach, steh' jetzt mal drauf Warte, geh' da noch nicht lang 감 Beide vorne rum, oder was? Den Beendet die Mission, Soldat D du bist der Letzte Schommel mal zu, ok? Ich schau dir ja zu Fan Warte, G18 Ich mach' dir13 Wo schimmelst du schon wieder? Ich schimmel nicht Clip Die Bombe wurde platziert ja, schon wieder mit deiner Scheiß G18er Kimbo bei der Bombe ist er bei der A-Bombe oh scheiße, falsche Richtung ja ja, er entschärft ach man, sind wir nicht geflasht nein, ich dachte, er entschärft man ja, dachte ich auch man ja, komm, guck dir der Bombe auf deinem Scheiß Laptop da an mach, ich seh ja eh eine ja, dann kann ich mir jetzt eine Runde holen, oder? nein nein ach, zu weit äh aufklärungsdrohne online nein nein sag, Quetzner kommt jetzt mit deiner G18 ach, das stimmt doch gar nicht ach, das stimmt doch gar nicht nein hier, nimm das meierchen das ist der andere auch ist der drin ich dachte gar nicht nein nein Junge Papa ok, hier ja, hinter mir ist das nein ja, das riecht der Liebe auf ey das riecht der Liebe auf was denn reg nicht nur auf das ist totaler Abfuck ey dieser scheiß G8 man genau so wie diese FMG9 ey scheiß Oberpower du Drecks Fick Dinger Scheiße da ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig so, jetzt ist wir konnten K.H. rennen viel zerstören Flicks äh Flicks wir haben die Bombe ja, aber nicht mich abschieben aber nicht mich abschieben Leute, ihr wisst schon, dass ich eine Predator hab, ne? tippt mich nicht wo gibt's da Flick, das möchte ich stehen ja, und ich bin tot im Bunker ist einer jetzt denkt alles von dir ab, chat, drum zählt auf dich nein 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 einfach Predator oh mein Gott ich geh in der Pussy deiner Mutti mir amur scheiße wir aiming aiming und so verschillt mir einmal eine oh mein Gott auch von hinten, ja jetzt gibt's nur einen Doppelpack ich weiß ich weiß, du machst das von hinten ich verstehe Bombe erläut dann müssen wir das alle von hinten da weißt du das wir haben den Flickchen gespächert nein, f***, bin ich aufgepasst der ist mit der ist mit der stimmt doch gar nicht die Bombe wurde platziert wo ist der hin? wo ist der hin? entschärft der weg ach komm schon entschärft der entschärft der entschärft der das ist doch gar nicht scheiße ha 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 ein Mist ach man eine Wohnung yeah ach ja genau so ein Lassenfass da suchen und zerstören wow nie sehr kleiner Nachmacher du das Ziel zerstören ja fast you hey tschuldi aah geht doch, geht doch, geht doch da muss bissehn den Pornk an den Hals passen Hals machen die alten Flaschen jetzt zählt's bring die Mission zu Ende würdest du mich verarschen? ja hahaha er läuft jetzt zur Beberme aber auch schon erstmal äh lol hahaha Lachsen und so ich bin jetzt schon wieder mit seiner G8 zum Boden ich bleibe da, ok Leute, was macht ihr denn da? Leute, was macht ihr denn da? ich gebe ein Typ, wo ist der? boah boah, das gibt's doch nicht doch, bei Roller hahaha witzgerissen, Mann er jetzt ist sie gerade richtig ernst nicht durch das ist reingelaufen das ist reingelaufen hey, da, da, da ach, so groß ist die Map doch gerade gar nicht Alter, da ist doch noch das heißt G8, Mann ohhhh ne, nix, 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 nice wie hundert ist das? ey, Jakob G8, ähm wie lappenhaft ist das dann? seitenwechsel tschuldi das reicht's mir oh mein Gott fack ich euch ein ich pass auf dazu, ich pass auf dazu, ich gleich noch ein Zuhältersteller ich hab hier, schau von wem? ja nice oh, ich hab ihn getroffen war getroffen bei A, irgendwo ok, da ist gerade gar keiner nee, nee, nee ja, da ist einer ja hä? NEIN NEIN ich wollte ihn lappern ich wollte ihn lappern Junge! NEIN was war ich denn, alter aiming wie so'n alte Oma, Mann was ist denn das, wenn du bin? das ist scheiße nein, ich wollte ihn lappern Mann Wuhu oh mein Gott hat einen erwischt nicht ja, aiming wie so'n alte Oma ich sag's doch halt doch mal mit grauem Starr ja, ich such mal sagen doch scheiße ich hatte keinen erwischt ist klar, würd ich mich umbringen? ja klar NEIN, ich war am nachladen so eine behinderte Scheiß warum tut so'n Scheiß Junge, würdest du mich rollen? du schluckst wie so'ne Teilnote wie so'ne Teilnote Alter, aber was ist das? wie viel eine Teilnote schluckt? oh, das wäre sogar nicht schön äh, erzählen wir mehr davon äh, äh, nö, ich glaub dann würdest du gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen ne, ne, das geht schon in Ordnung vorwärter sind unterreden ich hab dann Sonderrechte ja, komm bitte noch aufsteigen oh, mach! wie viel schluckst du's? wie viel schluckt der? ich glaub's doch nicht genau schön würdest du mich rollen? haha ja, ich will nicht rollen ich find das gar nicht mehr witzig ja, aber echt, tut mir leid ja, ja wer hat denn jetzt die AH-6 geholt? dumme also, I can't wait feindliche Bodenluft-Prakete Messer ihn, Messer ihn, Messer ihn oh, du biennette Stückchen Scheiße, man! nice oh ach, komm na, da hast du wohl keine MP7, ne? du Opfer, du ach komm leck mich doch ah, wir haben gewonnen, schön Mission ausgeführt! Rheschen dritter Arschloch! Also ich würde es sagen vielen Dank, bist du schon. Bis zum nächsten Mal Leute,tschieee! Also wenn ich sage Ciao dann müsst ihr euch verabschieden eigentlich.